Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Pokémon Revolution Online. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon nach einer halben Ewigkeit. Mit mir und meinem kleinen Schiggi. Meinem besten Freund auf diesem Planeten. Und was bin ich? Du bist mein Rivale. Der schon das halbe Spiel, der mich durchgespielt hat. Gar nicht wahr, ich bin nur in die nächste Stadt gegangen. Ja, damit bist du trotzdem weiter als ich. Ich habe ein Pokémon gefunden. Ich habe mein Team ein kleines bisschen hoch trainiert. So, die Maus kann ich ausmachen, weil die braucht bei dem Spiel jetzt nicht so sehr. So. Leute, der Plan steht. Ich will zur nächsten Arena. Oder bist du gesagt, zur ersten. Hä, warum kann ich jetzt hier nicht lang? Oh. Okay, ich glaube, das Ding nehme ich doch ganz gerne mit. Hm. Nicht, dass ich das mal ganz umlege. Ich muss erst die Schule abschicken. Beduwein natürlich nice. Warum soll ich erst zur Schule? Oder Sports. Ich will nicht zur Schule. Das war ein schrecklicher Ort. Ich habe ganz schlimme Erinnerungen an den Platz. Äh, ich muss erst den Typen in der Schule besiegen, ne? Ähm, ja, ja. Den Jackson. Dann komm her, Michael Jackson. Mit wem muss ich reden, damit ich ihn herausfordern kann? Also, ich habe mein absolutes Traumteam gerade beisammen. Darf ich jetzt da unten den herausfordern oder nicht? Musst du mit ihm sprechen für, denke ich mal. Die lassen mich nie vorbei. Dann musst du mit denen sprechen, die das im Weg stehen, würde ich jetzt mal sagen. Mit der habe ich ja geredet. Ich habe mit jedem in dieser Schule geredet. Hast du denn schon gegen... Du hast den schon bekämpft, oder? Hast du den nicht schon bekämpft? Ich soll erst mit den Eltern reden. Die sind doch in der allerersten Stadt. Ich muss den ganzen Weg da wieder runterlatschen. Meine Ewigkeit später. Jacksons Mutter ist da, um ihn voll zu quasseln. Äh. Ihr solltet mich jetzt nicht mehr im Teckel töten, außer er grittet. So. Der Netzabsober reicht. Seine Mund hat ihm das Leben versaut. Alles richtig gemacht. Hm. Nee. Nee. Also auch wenn... Auch wenn Taubsis mich sehr wichtig treffen ist, glaube ich, das Grinding gegen Taubsis mit einem Knospi, nicht das Tod, nicht das Böse, wenn ich in der Knospi schaue. Danke. Darf ich jetzt weiter? Danke. Okay. Wir sind endlich mal eine Ebene weiter, Leute. Und ich finde direkt ein Saftkorn. Ich weiß nicht, ob ich... Was ist denn gerade? Ja, ich habe hier gerade einen Kampf. Bist du gerade im Viridian Forest oder wo bist du? Ich versuche da gleich reinzukommen. Ich wurde von einem Saftkorn aufgehalten. Immer diese Saftkorn. Immer diese Saftkorn. Ja, level up. Diese kann ich hier rechts durch. Das war früher nicht so. Da liegt doch bestimmt was in der Eck. Oh, das ist nur ein Togbild für mich. Okay. Das sah so aus, als ob man durch könnte. Ja, dann gehen wir mal in den Wald, ne? Vielleicht finde ich ja ein Pikachu. Die Soundtracks sind so ein bisschen von der, äh, normalen Version abweichend, ne? So ganz leicht, nicht ein bisschen. Ja. Ähm, Badoo. Wann, wann entwickelt sich Badoo? Ich kenne die in Namen alle nicht auf Englisch. Ich kenne sie nur auf Deutsch. Freundschaft. Ah, okay. Okay, Freundschaft am Tag. Hm. Okay. Und zur Roserade? Wart mal, was ich mal irgendwas gucken will. In den Einstellungen. Das müsste Freundschaft sein. Ob man vielleicht... Ich habe Ash Katschen gefunden. Da ist Ash. Mit seinem Willow Pikachu. Komm her, du Willow. Den habe ich auch... Den habe ich auch gesehen. Ich will Kevin Pikachu. Oh nein. Mein Schick hat doch gar keine Chance. Ticke. Ich mache einfach gar keinen Schaden. Reitet die auf einen Metagross? Und... Ticke ist tot. Ja, die reitet auf einem Shiny Metagross. Oh mein Gott. Wie soll ich den denn fertig machen? Der ist drei Level über jeden Pokémon von mir. Trainieren? Zumindest habe ich es vergiftet. Ja, und trainieren versuche ich ja gerade. Pikachu macht mir ja mal Haus hochfertig. War das ein Crit? Das war ein Crit. Ey, kommen wir nicht wenigstens Pikachu daumenkriege. Scratch. Scratch. Kratscher los. Komm Nidoran, ich glaube an dich. Wenigstens kennst du den ein oder anderen Attacken machen. Auf Deutsch zumindest. Ich kann nicht jedes Pokémon auswendig können. Kokuna müsste auch DeFi-Faust bringen. Komm, stimmt, am Gift. Danke. Nidoran hat Dreck'n Level-Up. Hat Dreck'n 2 Level-Up's. Hat Dreck'n 3 Level-Up's. Hat Dreck'n 3 Level-Up's. Ein Talboga auf Level 9. Du willst mich doch komplett veralbern. Das ist by the way an der Level. Talboga kann sich erst auf Level 18... Talboga kann sich erst auf Level 18 zu Talboga entwickeln. Ja, das weiß ich auch. Das ist nämlich nicht die Regelkonform. Und Nidoran ist auch tot. Heißt, man kann sich gerade gar nicht entwickeln. Das ist doof. Aber ich könnte an Ash gut trainieren. Dasselbe habe ich mit Rocco auch gemacht. Ah, nein. Krieg' ich noch einen Pokémon Down, bevor ich aufgeben muss. Ich glaube nicht. Los, Habitak. Pick' ist. Ein Habitak hat gegen den Talboga gewonnen. Das macht absolut Sinn. Der kleine Vorbeer gewinnt gegen den Großen. Und vor allen Dingen auch schon wieder 3 Level-Ups. Welchem Level sind deine Pokémon gerade so? 2 habe ich jetzt auf Level 10. Okay. Aber ich glaube, diesen Kampf verliere ich. Ich würde dir raten vor... Ja, das ist interessant. Na gut, ich meine, dafür kosten... Aber er hat sich halt abgefreut, dass er nicht mal einen Kampf gewonnen hat. Der ist ja sonst immer so eine Pfeife. Ja. So, Ash ist immer noch hier. Ich fordere ihn diesmal mit dem richtigen Pokémon raus und versuche ihn damit, Schick' ich dem finalen zu geben. Kann das Ding schon... Flugattacken? Ich kann ihn in 170 Stunden nochmal herausfordern. Absorber? In 170 Stunden. Ich mache keinen Schadenhututank. Viel besser wie Taubstien. Das ist doof. Tschüss, Badoo. Die Bären gab es aber damals schon nicht. Oh. Dragon Rhykes. Ich habe eine Mission angenommen. I miss my Pitchy. Raupi. Aquaknarre. Du gehörst mir, Raupi. Ja, 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 ja. diese höhe ist komplett dunkel man kann ihnen einen komplett dunklen baum hinein okay hallo bleibt da stehen okay ich muss auf jeden fall ein team rocket mitglied finden das hat ein taub sie geklaut ich muss noch einmal wieder geladen ich kann ihm doch bestimmt doch hier irgendwie irgendwo hätte das bekommen seismic tors nicht wirklich nicht besuchen kann ich vielleicht ihn aber kämpfen im wald kann sich gut trainieren soll ich versuche in dieser folge noch durch den wald zu kommen da gleitet einer mit einem meter groß über dem boden weg du bist kein trainer okay okay da gibt mir wirklich nur diese eine themen das ist du und die ist halt echt kacke so zeit wie meinen pokémon kampf dass der trainer schwächere viecher als die die ich im gras finde ja das ist manchmal echt dass die leute ich habe echt nicht gut ausgebalanciert was findest du besser horny oder raupi ich mag die bombe also er bin ich eher team horny ich finde es mädchen schöner ich muss mein pokémon wechseln mein schick ist nämlich vergiftet jemand schick nicht verlieren ich muss es trainieren so schnabel man kriegt so wenig geld so heilen du kannst die dinge auch da unten in die leiste ziehen ja warum gebe ich ihnen diese beere eigentlich nicht zum mitnehmen so super porschen packe ich mir auch mal da unten in die leiste ebenso die eine beere so was liegt denn da da liegt da liegt irgendwas das liegt hier ist weg so wieder ein geschenkter kampf einmal damit schneller geht du du mit du du geht das so normal schnabel und noch ein dreht das mal oben kokona und noch mal schnabel nein ist liebbar ist fertig so töte kettapie 320 und trotzdem kein level ab hat mal ich packe mal dodo auf den ersten na stimmt man konnte sich das leben ja hier leichter machen ich will ja kein leichtes leben kettapie gibt hp du wirst angerufen ja ich merk's gott ein baumpel wie süß ich mag diesen gift tausendfüßler am meisten von den ganzen käfern ariados nicht die spinne den tausendfüßler der so erfaschen wie nach wirkt ich weiß gerade nicht den namen tausendfüßler ist aber ein käfer pokémon es ist ein käfer gift ich müsste mir einen saffkorn schnappen gegen einen saffkorn antreten und dann beginnt das härtner battle oh nein tu das nicht aber warum denn nicht das sind die schönsten kämpfe man weiß nicht wer von beiden gewinnt also dann käfer gift um ort ariado weiß gar nicht was du gegen so einen kampf hast die sind sehr meinst du meinst du peon draghi welches ding meinst du serapendara die gift pokémon die es gibt sind hornio kuna vibor die omega blutzug omoth webrach ariados foodox toxipede rollum serapendara serapendara könnte es sein und pionskora pionskora wird dann zu pion draghi was dann den kiefer und die typen bekommt ich muss jetzt gerade noch einen saffkorn verprügeln ich meine gott gut level so ja das meine ich okay er meinte serapendara ich habe es gleich durch den wald geschafft das ist schön ich finde es schön dass ich mich sogar heilen kann während die noch mit mir reden ne oh ich kann meinen spätselick gar nicht weiterhören ich bin auch schon auf plus 6 aber trotzdem so wenig schaden was zu hören warum mache ich dem webrach so wenig damage du hast einen webrach vor dir ich will das haben ja hier nach dem wald hast du eine rute da gibt's webrachs also spinnerracks nach gut stimmt ich glaube webrach jetzt schon gibt deswegen resistierte meine pflanzen attacke vierfach sogar ich will noch durch den wald heute kommen bitte stimmt aber ja was der resistent meine pflanzen attacke vierfach webrach war ja kiefer gibt und nicht nur kiefer mann du dumm ist mit wo jetzt wollte ich noch ein extra kampf machen genau vor dem ausgaben nur weil es mit dem weg stand also hier ist so ein großer baum da gibt es auch webrachs video ja im wald gibt es auch so einen riesigen baum da kannst du reingehen so ich habe es durch den wald geschafft leute string shot fadenschuss die weh einer tauschen mit was polizins ding das ist effektiv was wir denn überhaupt haben ach so bei ihm kann ich ein männliches ein weibliches gegen männliches tauschen ja das habe ich nämlich gemacht weil ich jetzt nur ein weibliches und wollte ein männliches nach stimmt kiefer pokémon erst transport keinen effekt manchmal so ich habe es aus dem wald endlich raus geschafft leute und hier beende ich das heute auch ich hoffe ihr hattet spaß beim zusehen wir machen hier demnächst weiter ich werde sonntags jetzt glaube ich auch ab sofort wenn ich die zeit habe jetzt pokémon stream ist wahrscheinlich auch wesentlich angenehmer nö sunny ja und da ist übrigens der kleine pan empenner da ihr seht ihn auch mal diese folge so